immer wieder taucht die uralte frage auf was ist denn jetzt besser supervised learning oder unsupervised learning und wie immer gibt es keine antwort drauf denn wie immer hängt es wirklich vom anwendungsfall ab was wir aber machen können wir können uns mal die vor und nachteile angucken die vorteile von unsupervised learning wir haben kein aufwendiges label der daten das was der nachteil beim supervised learning war ist hier natürlich der vorteil wir brauchen das label nicht machen das heißt das ist viel günstiger und kostet uns viel weniger nerven und zeit außerdem sind unsupervised learning verfahren viel besser skalierbar und können große datenmengen direkt auswerten nachteil das was sozusagen der vorteil beim unsupervised learning war ist hier natürlich der nachteil es könnte sein dass wir ungenauer sind wir haben kein vorheriges wissen über die daten weil wir einfach keine label haben die ziel variablen sind einfach nicht vorhanden das heißt das was unser unsupervised algorithmus hervorbringt könnte total missinterpretiert werden es könnte sogar falsch sein das muster könnte völlig aus der luft gegriffen sein das kann sogar sehr gefährlich werden je nachdem was für kis wir benutzen und deshalb ist es super wichtig wenn man unsupervised learning nutzt muss man experten wissen an der hand haben andere beispiele anomalie detection wir stellen uns einfach mal bildlich als clustering algorithmus vor in einer versicherung wir haben ganz viele kunden die lassen sich clustern zu einem kundenverhalten und dann haben wir da ein ausreißer der irgendwo andersrum schwirrt unser feature set und das wäre sozusagen so eine typische anomalie erkennung der ausreißer der dadurch detektiert wird auch neuronale netzwerke sind hier ein thema das hat man vielleicht nicht so direkt auf dem schirm weil meistens werden neuronale netzwerke im supervised learning angewendet aber neuronale netzwerke sind super für die feature extraction gerade im bereich natural language processing also nlp ist es sehr sehr schön und man kann muster in texte ohne vorheriges labeln erkennen zum beispiel chat gpt das wurde teils supervised learning teils unsupervised learning gelernt und da strahlt auch das unsupervised learning mit seinen vorteilen zusammengefasst die fünf wichtigsten take-home messages vom unsupervised learning unsupervised learning ist ein lernverfahren wo die trainingsdaten nicht gelabelt sind ganz im unterschied zum supervised learning hier geht es darum eigenständig muster bzw korrelation in den daten aufzudecken die sind noch nicht bekannt die werden aufgedeckt das hat ein ganz anderes ziel wie supervised learning beim supervised learning geht es darum klassifikation oder regression zu betreiben beim unsupervised learning reden wir hier mehr von clustering bzw von den gruppierungen bzw die korrelation aufzudecken wir haben gesehen wir unterscheiden drei typen vom unsupervised learning das clustering die association und die dimensionality reduction und der große vorteil vom unsupervised learning ist dass man gar kein manuelles labeling für die daten braucht aber dadurch geht auch viel kontrolle über das training über die daten verloren so jetzt habe ich noch eine kleine aufgabe für dich schau dir mal die letzten 20 einkäufe an die du online oder in einem supermarkt ist es egal getätigt hast versuche jetzt diese produkte mal in drei gruppen bzw cluster zu unterteilen das heißt macht dir gedanken welche produkte sind ähnlicher als andere welche sind unendlicher und warum wie ist deine entscheidung da gewesen so und jetzt macht das gleiche mit zwei gruppen das heißt der gleiche einkauf und erteilt ihn in zwei gruppen und dann in vier gruppen was würdest du sagen welches ergebnis war besser welches war passender welches hat gar nicht mehr gepasst diese entscheidungen die du jetzt getroffen hast treffen diese algorithmen anhand mathematische eigenschaften und jetzt fragte ich mal wieso hast du dich so entschieden schreibst mal gerne in die kommentare